Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei einer neuen Runde Trouble in Terrace Town mit dabei, LobiusLP. Das bin ich. Nein, das bist du nicht. Du bist ein Job. Grants, Earlyball, Hobo Bay, Lobius, Dalukat und Rasmimus. Jetzt hast du mich aber gar nicht vorgesagt. Julia ist auch dabei, Leute. Alter, Lobius hat einfach geredet, als LobiusLP dran war. Ja, ich hab nur Lobius gehört. Ja, sehr eingebildet. Entschuldigung. Hier, wollt ihr ein Baby haben, Dalukat? Was, hast du gesagt? Ich will das Baby nicht haben, Anne. Bitte tötet mich kurz nicht. Bitte tötet mich nicht. Das ist der erste Aussage. Bitte tötet LobiusLP kurz nicht. Ich bin vergift geworden. Derjenige, der mich vergiftet hat, wir haben gerade die Treppe. Traitor, der auf der Treppe. Geht weg, geht weg. Geht weg, geht weg. Geht weg, geht weg. Traitor, holen wir euch. Bananenbombe, Bananenbombe. Das ist Julia, aber die ist auch... Wo ist ne Bananenbombe? Das ist grün. Da, du geh weg. Alter, ich bin doch gar nicht da. Ich bin nicht grün. Wo ist das die Bananenbombe? Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Der Bananenbombenmörder ist schon tot. Der Bananenbombenmörder ist tot. Der Bananenbombenmörder ist tot. Der Bananenbombenmörder ist tot. Es ist Julia. Es ist Julia. Es ist jetzt Dardoshka? Dann bin ich das, ne? Anderubus ist es. Ich bin Dardosh. Anderubus. Ich bin Dardosh. Ich bin es nicht. Ich bin auch safe, Lobios. Ich bin safe, ich hab den Traitor gekillt. Du hast es doch gesehen, Grants. Wer ist es denn jetzt? Ich hab Gorobai getötet, nachdem er die Bananenbombe geworfen hat. Wieso hast du denn jetzt Lobios... Weil Lobios mit der Pistole hundertmal auf mich geschossen hat. Ich hab 24 HP. Er ist ja ein Arsch, ne? Es ist Anonymous. Gott, das ist kompliziert. Was denn? Ich hab einen Traitor gekillt und hab nur 800 Kamer, weil die alle mich angeschossen haben. Ich hab hier nichts gemacht. Ich hab einfach den Schacht an der Bananenbombe. Erstmal hat Erli wie ein Wilder auf die ganzen Innos. Nein! Alle haben geschrien, dass Julia ist. Das hab ich auf Julia geschaut. Julia war vergiftet! Das weiß ich doch nicht! Nein, ich hab geschrien, dass Julia vergiftet ist. Ja, die war ja auch vergiftet. Ich hab nur geschrien, Julia. Ich hab nur gehört, Julia. Ich hab nur gehört, Julia. Erli Boy. Was ist das? Geht er weg? Lauf weg! Das ist... Warte mal. Das wird kompliziert. Was? Wird nicht einfach. Guck doch mal auf Scoreboard, wer ich bin. Oh, Gra... Oh, Gra... Oh, Gra... Oh, Gra... Oh, Gra... Oh, Gra... Lobius LP! Ja, was denn? Was mit Lobius LP? Das ist denn nicht der echte Granz. Haut ihn! Oh, Gra... Oh, Gra... Der Granz ist verletzt. Der Granz ist verletzt. Ich bin im Herzen verletzt. Ich bin im Herzen verletzt, Leute. Sag im Namen! Au! Das ist ne Lüge. Ne Lüge? Goro Bai! Der... Hier, die Anonymous... Anonymous hat mich äh... Was ist das? Hey, wer ballert denn hier? Goro, raffst du so aus! Jule, schieß du figmen! Nein! Nein! Falsch! Wie falsch? Goro Bai... Oder war's Lobius LP? Ja, aber warum hast du denn... Ich hab keinen getönt! Und ich hab... Ich habe einmal auf Korobai geschossen. Der Dringer! Lobius... Da unten, ja, stimmt! Lobius... Aber nicht LP! Nicht LP! Lobius LP! Sorry, sorry. Lobius LP! Ich schütze dich! Ja, natürlich! Der ist rausgeraten! 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 Lobius und LP ist Traitor! Der ist rausgeraten! Der ist rausgeraten! Nils ist es auch! Nils ist es auch! Nein! Dich, du! Ich bin... Also, ich bin es nicht! Da kommt Dalu-Kart wieder! Da ist Grenz! Und Grenz ist, glaub ich, nur... Na, Doba ist tot! Nein! Lobius LP! Ich hab ihn... Ja, sehr gut! Du hast ihn gekickt! Wuhu! Der Dalu-Kart wieder! Ja, sehr gut! Nein! Also Lobius ohne LP... Das ist tot und war Traitor! Also nicht LP, genau! Nee, der ist... Dann ist Grenz... Also der nominell... Der richtige Grenz, der eigentliche... Der ist der andere Traitor, weil er gerade mitgekündigt hat! Der Grenz-Name? Weil der Grenz-Grenz ist tot! Nein, nicht der Grenz-Name! Die gute Stimme! Der Grenz-Grenz ist aber tot! Scheiße! Was ist denn mit dir? Scheiße! Der Lobius LP ist gut! Alle Anonymous und Julia und Grenz sind darüber! Hey, hey, hey! Lobius LP ist gut! Julia, geh weg! Ja, und der Dalu kann es auch ein save! Dalu kann es auch ein save! Nein! Ohhhh! Ohhhh! Alter! Wer, Anne? Ich hau sie tot! Ich hau sie tot! Nein! Mann! Du standst im Weg! Die sollte in den Raum fliegen! Äh! Nils, du bist ne Five! Ich soll Lobius in es! Und du schießt auf Affen! Herrlich! Ich hab nicht dran gedacht! Aber ich dachte, es ist Nils! Ich dachte, es ist Nils! Weil der Traitor ist einfach an ihm vorbeigelaufen! Nils macht nicht so... Ja, ich hab ja auch den falschen an... Also... Ah, okay! Er hat den falschen Lobius abgeschossen! Kann nur einen Lobius geben! Ich hab Oma einfach mal weggemacht... Hier ist Lobius, Leute! Ist er's jetzt? Ja, ja, ich bin ich! Hier ist Dalu-Card! Der Dalu-Card, der war richtig gut da, ey! Warum hat Lobius sich eigentlich nicht umbenannt? Er war aber nicht so nett! Hab ich doch! Ah, Maxi-Meg-Fly 2! Connected! Oh! Puh! Danke! Ich bin dafür, dass wir Lobius LP töten! Der war nicht witzig! Der Lobius soll getötet werden! Der Lobius soll getötet werden! Der Lobius soll getötet werden! Der Lobius! Der Lobius! Ich suche Lobius mit oder oder? Der Lobius muss fallen! Wartet! 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 Nein! Da kommt der Traitor! Lobius! Grenz! Was denn? Grenz! 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 Das ist der Boy! Das muss der echte Grenz sein! Das ist Early! Hey! Hey! Grenz! 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 Der Boy ist safe! Macht Lobius hier! Lobius soll ich wieder los! Das wackelt ganz schön hier! Mach mal jetzt hier! Raus! 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 Warum? Die kamen gerade aus dem Fahrstuhl! Ja die haben gerade gemeint, dass er Nacht gemacht hat im Fahrstuhl! Ja die haben gerade gemeint, dass er Nacht gemacht hat im Fahrstuhl! Liebe! Richtig Fahrstuhl-Liebe! Ich hau Early Boy jetzt! Was ist das? Nein! Hallo! Dann hau ich Anne! Schau dich auch gleich! Lass Anne hauen! Anne? Anne? Anne hat ne Sword auf! Anne ist sehr verdächtig! Anne ist sehr verdächtig! Au! Hier ist einer tot! Lobius ist tot! Lobius ist tot! Lobius ist tot als der andere Lobius! Ich kann nur einen Lobius geben! Lobius! Ja woh! Grenz hast du schon DNA genommen? Ja woh! Dann hat Dalu Cardinum gebrannt! Also hat Dalu Cardinum gebrannt! Dalu Cardinum also! Dalu Cardinum ist wohl mir! Dalu Cardinum! Hallo Grenz! Hallo Grenz! Hallo Grenz! Habe ich nicht! Ist hier grad jemand im Dead Ring? Das ist leichter in der Reihe, der ist schon tot! Ja Lobius lebt noch okay! Welcher Lobius? Lobius Tanks? Ja du weißt denn erstmal den Müll! Lobius rette mich! In den Müll bin ich! Kann mich jemand mal zu Lobius call? Leute Datumkarte ist Traitor! Ja er ist er! Hey Lobius! Hey Lobius! Hey! Wir haben ihn! Wir haben ihn! Wir haben ihn! Weck da bitte! Der geht nicht hoch! Der geht doch nicht hoch! Der geht doch nicht hoch! Das ist Dalu! Ich bin safe Leute! Ich bin safe! Ich bin safe! Ich bin safe! Also Grenz ist safe Leute! Goro bei bleibt mal stehen! Goro bei bleibt mal stehen! Also Goro bei! Ich glaub du hast nen Babylauncher und keine Diegel in der Hand! Kann das sein? Ich hab nen Diegel in der Hand! Warte soll ich toppen? Hier! Oh mein Gott! Zeig mal dein Fahrrad! Zeig mal dein Fahrrad! Jetzt hast du ihm ne Diegel gegeben! Du Wahnsinn! Das ist deine Schuld! Der wird gleich gejallert! Ich bin jetzt weg hier! Oha! Lass mich raus! Ich glaub Early ist es! Anonymous ist der andere Trader! Ja auf jeden Fall! Oh Gott! Hier Shuriken! Hier wurden Shuriken geworfen! Geh runter! Wer war denn da? Wer da unten? Spring Anne! Da unten der ist es! Der da unten ist es! Wobei! 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 Wobei ist es! Hab ihn! Ich bin so verwehrt! Oh schade! Nee! Anne hat's überlebt! Ich war kurz davor da oben drauf zu kommen und dann werde ich getötet! Ihhh! Was ist das denn? Hässliger Kerl! Dallucard und Goro bei! Dallucard und Goro bei! Dallucard und Goro bei! Dream Team Leute! Ja gut mit Goro verliert man halt öfter mal! Nanananana! 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 Von Grants habe ich auch noch nicht gesehen! Da! Da! Lobius geht auch noch! Grants ist weiter! Lobius LP schon wieder hier! Ja! Ja! Macht schon wieder Blödsinn! Das ist bestimmt die erste Runde in der Julia Trin ganz oben auf dem Scoreboard ist! Hab ja auch schon länger nicht mitgespielt! Julia Trin ist aber da! Hey! Da unten steht Julia Trin oben! Die wollen mich umbringen! Cherche zurück! Ich hab nicht mehr dazu! radaeleelye- penetrate euch keines! Gut riebe für euch rein! Ey! Ich schupps dich Rubius zu machen! Schupps Turnstabys! Normally take it away! Ich schupps dich! Arquistber was dir gericht? Ey! Heyer! Lobius Hauut! Wieso? Ich hau doch gar nicht! Oh, Yala! Lauf! Lauf! Boah, wird hier geglaubt. Ich hatte so'n Glück. Oh, war von geil. Dadoschka, eine Sache ist komisch. Du willst losgehen, bevor die Yala angehen. Ne. Was sag ich hier nicht? Das war heftig, ey. Wir cooper jetzt. Sauber, ich hab'n DNA-Scan. Julian drin ist Trader, er hat ein Baby-Launcher in der Hand. Mit Koopan. Mal gucken, was passiert. Ich bin das nicht. Das ist Julian Trin. Mit dem Baby-Launcher. Das war Julian Trin mit dem Baby-Launcher im Esszimmer. Hast du'n Radar? Ganz unten ist er nicht. Der muss aufm Weg hochgelaufen sein. Hier in dem Raum ist er auch nicht. Lebt ihr noch? Das ist Dadoschka. Dadoschka springt wieder runter. Leben die noch? Oh, was für Dados hast du da? Was war das? Eine Diegel. Achso. Oh, ich hab's nachladen gehört. Lebt Dados noch? Ja, ich such' gerade Julian Trin. Ich bin jetzt wieder ganz oben. Hier ist er nicht. Wer ist das? Ich bin jetzt wieder. Ah! Hä? Nils war tot? Ja, ich war tot. Weil ich getasert den Elevator runtergefallen. Aber du wurdest gar nicht tot angezeigt, oder? Entschuldigung, warst du Traitor? Hatte ich den Bug? Ne, den Bug hab' ich nicht.